Herzlich Willkommen zurück zu dem Weißen Hai! Also bei den Gameberries, besser gesagt. Also ich spiele und ja. Morten sitzt nur doof daneben. Oh Gott, ich fühl mich grad so wunderschön doof. Profile Vicky! Vicky! Vicky, bitte! Oh my! Ach ja, stimmt! Du warst ja schon beim Ausbruch. Oh Gott, kann ich die Steuerung noch? Nö. Super! Oh, ich hab das Spiel auf Deutsch umgestellt, damit man ein bisschen was verstehen kann und so. Echt? Ey, was ist hier passiert? Ja, auf Englisch versteht man ja nix, ne? Ne, ne. Boah, ey! Hey! Fremdsprachen! Scheiße, ich will ein Killerwaldespiel! Tja, das tut mir leid. Ich hab das falsche Spiel geholt. Echt? Gibt es eigentlich Orca das Spiel oder so? Äh, Free Willy! Warte, Free Willy, ne? Gibt's da ein Spiel? Free Willy the game! Boah! Da kannst du übrigens starten. Wie? Oh, kacke ey! Das... Wieso muss ich das machen, ey? Ja, ich versteh's auch nicht! Also würde man doch gerne weiter in diesem lustigen Ladebildschirm verbunden. Ja, ne! Keine Lust dazu. Jetzt muss ich mir das nochmal angucken. Ach, ne. Okay. Okay, ich kann alles skippen. Und ich skipp alles. So, ihr habt eine doofe ID-Card. Klau ich dir jetzt, du Mongo. Okay. Klau dem mal die ID-Card. Ja, 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 ja. Ich kenn doch die Stimme. Ey, oh! Vicky weiß sowas von Bescheid. Ey. Die braucht keine Anweisung mehr. So, wo war der Mongo? Bestimmt unter Wasser. Warte. Hier war ich aber letztes Mal nicht, oder? Ich weiß es nicht mehr. Es gab, glaube ich, mehrere von diesen Seitenbecken. Da hinten läuft einer. Ja. Ah. Hm. Ich warte, bis der da vorne ist. Sehr guter Plan. Ach, kacke. Ach, du hast noch ein bisschen Zeit. Äh. Yeah! Danke, Kamera! Äh. What was that? Ja. Ah! Okay, okay, ich hab's. Willst du noch ein bisschen Steuerung? Nein, nein, ich hab's. Schaut werden. Alles gut? Sorry. Okay, okay. Ein schöner Happen zwischen die Backen. Voll gut. Wo ist es jetzt? Du hast ihn verloren. Ach, Fug. Du musstest ja unbedingt einen Fisch essen, ne? Ja, das stand da. Meine Güte. Ja, ja, schwimm mal hinten hin, wo der hingelaufen ist. Wo ist denn der hingelaufen? Ja, möglichst wahrscheinlich da hinten in die Ecke rein. Da rein. Jetzt wahrscheinlich. Oh, da ist er. Da läuft es doch. Genau. So. Und jetzt schnapp dir die Hand. Ah, ich bin so ein Mungo. Aber ich weiß nicht, wohin ist. Wo ist er? Oh Gott! Ich krieg das hin. Ja. Du brichst das Spiel auseinander. Ich schaff das. Okay. Pass auf. Ich hab großes Vertrauen. Siehste? Oh, du bist die Beste. Ja dann. Oh, wundervoll. Den Strom an Genuss, den du hinterher ziehst. Okay. Wo ist der Schalter? Wo ist der Schalter? Wo ist der Schalter? Wo ist der Schalter? Da ist der Schalter. Ich glaube, du kannst an jedes grüne, leuchtende Tier ran. Ich bin Allmighty. Okay. Okay, Allmighty. Dann such den Ausgang und wir gucken mal. Ich weiß gar nicht mehr, ob es aus den Hexen kam. Ich nehm dich mit. Du bist jetzt mein neuer Freund. Das ist mein Haustier, Jeff. Beste Freund. Okay. Ich brauch den bestimmt nochmal für irgendeine andere ID-Card. Das weiß ich tatsächlich nicht. Ich glaube, nein. Wenn da oben nichts mehr war hier, also an der Wasseroberfläche meine ich, dann kannst du, glaub ich, nämlich hier etwas Sachen kaputt machen. Sachen kaputt machen. Ah, okay. Ups. Ja, kau noch mal ein bisschen drauf rum. Oh, genau. Hier waren, glaub ich, Leute, die dich erschießen wollen. Nein, wieso wollen die das? Ich hab keine Ahnung. Aber ich weiß sie einfach. Tja. Na, Köcke. Die erschießen dich sehr, sehr gut sogar. Wo sind die? Nein! Du bist tot. Tja. Scheiße, bin ich jetzt aber schon hier, oder was? Oder muss ich die ID-Card nochmal... Oh, nee! Das darf doch nicht wahr sein! Ja, du, das ist Playstation 2, aber da wurde nicht alle 10 Sekunden gespeichert. Boah! Das gibt's ja nicht. Ja, ja, ja. Ich esse erstmal was, weil das Spiel möchte, dass ich erstmal was esse. Also erstmal frühstücken, ne? Ach, das ist ein Scheißschild. Jetzt eine Brotzeit! Hm, lecker! Hallo? Fischi? Frische Milch, gutes Brot. Was gibt's drauf? Nom nom nom. Okay, okay, okay. Now I got it. Forscher natürlich, genau. Du schwimmst hier mal rein. Ja, der ist doch hier irgendwo. Nee, der ist auf der anderen Seite. Ja! Oh! Beziehungsweise du, äh... Ich glaube, der ist noch gar nicht hier reingelaufen. Da hinten läuft doch. Ich wusste, der ist dahinten! Ja! Och, Mann, oh! So, jetzt wartest du einfach, bis er hier direkt dran vorbeikommt. Äh... Ups! Sorry, ich weiß nicht mal, was ich gemacht hab. Ach, wundervoll! Jetzt ist er schon wieder hinter dem Gitter. Das darf doch nicht wahr sein. Ach, komm her! Scheiße! Ich glaube, das überlebst du nicht. Ah! Ah! Hei an Land! Hei an Land! Hei an Land! Ah! Scheiße! Ich bin tot! Ich bin tot! Ich bin tot! Ich gehe fest! Oh Gott! Oh Gott! Oh! Ich bin tot! Ich bin tot! Lass dich mich da hänge! Das hast du ganz bravourös geschafft! Oh! Good Lord! Heavens! Okay! Einmal noch! Ich schaff das! Ich bin der weiße Haar! Ich krieg alles hin! Ja, 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 komm! Das will ich ja mal wohl hoffen! Ha! Labert mir hier nicht alles zu! Okay! Ich krieg jetzt das Fischi! Ja, ja, ja! Ach! Du kannst doch auch den Typ essen! Nein! Ich esse! Ich esse Fischi! So! Bevor du jetzt in einer der Tunnel schwimmst! Ich schwimm mal so ein bisschen hoch! Und guck mal so hoch! Und such einfach mal, wo der Herr denn gerade geht! Da! Da kommst du sogar noch einfacher dran! Ja! Ja! Gott sei Dank! Ja, Bebe! Wie, was denn? Ich schaff's das nicht! Das ist so dumm! Glaubst du, ich lass dich noch mal los? Jeff, ey! Was glaubst du? Immer dieser, dieser Jeff Forscher! Ich mein, du könntest ihn ja jetzt sogar freileiten! Oh! Oh! Ja, gut! Oh! Ich verstehe! Bleib besser wirklich unter Wasser! Ich hab mir jemand anderen genommen! Sehr gut! So, was muss ich denn machen? Versuch mal, genau das vor dir da kaputt zu machen! Nom nom! Das hast du ganz toll! Ganz toll hast du gekauft! Ne? Okay, das geht hier nicht kaputt! Äh, das meine ich auch nicht! Was dann? Ich will dir nicht noch mehr Tipps geben! Ah, okay! Okay! Oh! Ja, ich hab's! Wie schön die Menschen schreien! Jaaa! Ich kann hier weiterschwimmen! Haha! Ich schwimmen! Oh Gott! Oh Gott! Ich muss essen! Sehr schön! Wenigstens kriegst du genug Protein! Oh! Jaaa! Boah! Ich bin frei! Ich bin frei! Ich bin frei! Wir haben einen Punkt erreicht! Frei müde Wind! Ja, und wir werden sehen, wie frei du bist in der nächsten Folge! Oh! Okay! Alles klar! Wiii!